Das hat die Spurensicherung endlich freigegeben. Was ist das? Persönliche Sachen, die in Skyfall gefunden wurden. Sie haben ein Geheimnis. Etwas, das Sie niemandem sagen können. Weil Sie niemandem trauen. Machen wir das in Deutsch, oder? Ja, gerne. Willkommen, James. Es ist lange her. Es gibt wahrscheinlich momentan keine Figur, um die mehr Rätsel geraten wird, als um ihre Inspektur. Ist das wahr? Ja, selbst die Marvel-Figuren kommen da aktuell nicht mit. Ist man da ein bisschen stolz drauf? Amüsiert einen das? Oder nervt das auch irgendwann? Ja, ich meine, das nervt mich nicht. Ich bin, wie soll ich sagen? Amüsiert ist möglicherweise die richtige Farbe. Der Urheber all deiner Schmerzen. Wie ist es für Sie in einem Film mit so viel Secrecy? Es macht dich ein bisschen stolz drauf? Ist es amüsierend? Oder ist es amüsierend? Nein, es ist amüsierend. Es ist amüsierend. Es ist so spannend. Ich sage, ja, das ganze Prozess. Und ich fühle mich, wie die Leute sind sehr interessiert über die neue Bond. Und so, no, ich liebe es. Es ist nicht wunderschön, aber es ist schwierig. Weil, du wirst nicht, du wirst nichts geben. Du wirst keine Spoilers geben. Du wirst nicht, du wirst keine Spoilerin geben. Du wirst nicht die Person verantwortlich für das. Aber gleichzeitig ist es schwierig, und ich bin nicht ein Dishonest Person, also ich nicht lief. In der Beginn war es strange, weil ich habe zu machen Interviews, ohne mich zu erzählen. Aber dann habe ich das, dass es eigentlich gut ist. Ich liebe es, weil dann musst du zu den Filmen und sich selbst herausfinden, nicht zu wissen. So, alles wird ein Überraschung sein. Und das ist, als ein Zuschauer. Ich liebe es. Untertitelung des ZDF, 2020